Sie kamen, sahen und siegten. Mit ihrem Blitzkrieg in Mali haben die Franzosen nicht nur ihr Image aufpoliert, sondern auch die Islamisten vorübergehend vertrieben. Doch sollten sie, wie angekündigt, in Kürze wieder abziehen, könnte das westafrikanische Land schon bald wieder ins Steinzeitalter der Gotteskrieger zurückfallen. Spiegelreporter Thilo Thielke ist es letzte Woche gelungen, die Stadt Timbuktu zu erreichen. Für die UNESCO gehört die Perle der Wüste zum Weltkulturerbe. Für die radikalen Dschihadisten war sie nur ein weiteres Hassobjekt. Anflug auf Timbuktu. Die Maschine eines Buschpiloten ist unsere einzige Chance, die Stadt zu erreichen. Der Weg durch die Wüste vorbei an den Islamisten wäre zu gefährlich. Seit zwei Wochen wird Timbuktu von französischen Truppen gesichert. Bewacht wird eine Geisterstadt. Die meisten Bewohner sind geflohen. Die eine Hälfte vor den Terroristen, die andere vor den Franzosen. Wir fahren jetzt hier durch Timbuktu und gucken uns mal an, welche Schäden angerichtet wurden während dieser zehnmonatigen Islamistenherrschaft, aber auch während der, ausgelöst durch die französischen Angriffe. Man kann sehen, die Straßen sind menschenleer, es ist wenig los hier. Fast ein Jahr war Timbuktu in der Hand der Gotteskrieger. Sie quälten die Menschen, schändeten deren Kultur und machten selbst vor den Toten nicht Halt. Ein ehemaliger Touristenführer zeigt uns die Folgen. Das ist also der Friedhof hier? Ja, das ist der Friedhof. Es ist ein jämmerlicher Anblick. Jahrhundertelang war der Friedhof der Wüstenoase ein heiliger Ort. Doch für die radikalen, al-Qaida-nah stehenden Islamisten war es nicht mehr als ein Schandfleck. Entsprechend groß war ihre Zerstörungswut. Diese Tür hier wurde von den Dschihadisten zerstört. So haben sie das gemacht. Unter der Terrorherrschaft der Dschihadisten durften Frauen nur verschleiert auf die Straße. Vermeintlichen Dieben wurden die Hände abgehackt. Es war verboten, Musik zu hören und Bildung galt als subversiv. Wir erreichen das Ahmed-Baba-Institut. Hier lagerten 40.000 uralte Schriften. Für sie ist Timbuktu berühmt. Sie sind Teil des Weltkulturerbes. Doch auch die Manuskripte aus dem 13. Jahrhundert wurden nicht verschont. Im Gegenteil. Als die Franzosen angriffen, errichteten die muslimischen Gotteskrieger einen Scheiterhaufen. Bücherverbrennung im 21. Jahrhundert. Dies hier sind die Reste verbrannter Seiten. Man kann noch die Schrift erkennen. Haben Sie gesehen, wie Sie verbrannt sind? Waren Sie dabei? Ich war nicht hier. Es geschah mitten in der Nacht. Es gab keinen Strom. Alle schliefen. Es war alles ruhig. Aber Sie haben das Feuer gesehen? Wir haben erst am Morgen bemerkt, dass die Bücherei gebrannt hat. Es herrschte eine sehr traurige Stimmung. So wie jetzt. Wie viele der alten Schriften vernichtet wurden, weiß niemand. 2000 sollen es mindestens sein. Neben der großen Bibliothek gibt es in Timbuktu noch zahlreiche kleine Privatbüchereien. In ihnen werden die Schätze ganzer Generationen verwahrt. Der Imam Sioli Iguma Kunta hütet in seinem Wohnhaus fast 1500 alte Handschriften. Schon sein Urgroßvater war Bibliothekar. Immer wieder kamen Studenten zu dem alten Mann, um in den philosophischen Werken zu lesen. Doch als die Islamisten im vergangenen April die Macht ergriffen und das malische Militär vertrieben, nahm der Imam die wertvollsten Stücke und versteckte sie in einem geheimen Raum. Einige vergrub er sogar in der Erde. Für uns lässt er heute erstmals Licht in seine private Schatzkammer. Gewährt uns einen Blick auf den Teil der Menschheitsgeschichte, der nach dem Willen der Islamisten zu Schutt und Asche werden sollte. Was ist das? Das ist ein altes Buch. Seit einem Jahr wurde diese Truhe nicht mehr geöffnet. Seit einem Jahr nicht mehr geöffnet? Warum das denn? Die Dschihadisten haben die Bücher gesucht. Also habt ihr sie versteckt. Ihr habt die Tür zugemacht. Jetzt ist alles voller Sand. Sehen Sie? Morgen machen wir sie wieder sauber. I think tomorrow, maybe tomorrow, yeah, it's coming good, not sand, not to make a wash. Imam Kuuntah hat einen Teil des Weltkulturerbes gerettet. So wie viele andere Menschen in Timbuktu auch. Zehntausende von Schriften konnten so gerettet werden. In der Stadt wird seit kurzem wieder Fußball gespielt und anschließend gebetet, dass die Islamisten nicht zurückkommen. Jetzt stimmt was sie, wie ich auch irgendwann dans die Türkei keine der Türkei verwende. Mit der Türkei zu erzeugen. Ich schbehe das Schmerzen zu. Und ich schbeche das Wasser als Wasser. Und ich schbeche das Wasser, dass es schon weiter vor. Und ich schbeche das Wasser. Aber es ist sicherlich.